Heute Abend hier aus Berlin gewinnt Jazz Radio einen Gold Stevie Award 2018 in der Kategorie Unternehmen des Jahres im Bereich Medien und Unterhaltung für Beating the Blockade, Creating a Major New Revenue Stream from Concerts. The Gold Stevie Award nehmen entgegen Programmdirektorin Lyria Messael und Morgensendung-Moderatorin Aileen Ozai. New Jazz Radio ist Deutschlands einziger 24-Stunden-FM-Radiosender und unabhängig von den dominierenden Radiokonzernen. Thank you Michael, thank you Leslie. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die bedeutet Aileen, meinen Kollegen und mir sehr viel. Außerdem sind wir sehr stolz, denn laut der neuesten Medienanalyse hat Jazz Radio zum ersten Mal mehr als eine halbe Million Hörer. Und das ist cool.